Ja, hier ist der Gehli. Ähm, und ich kann nicht verkünden, dass Intensive 3 quasi direkt vor der Tür steht. Und dass ich den Großen hier spielen werde. Mit 20 FPS. Das ist... Top. Ja, und... Das war's. Ansonsten viel Spaß mit dem Trailer von Intensive 3. Und, äh, ja. Ich hoffe, dass wir weit kommen. Mit Sebo. Ja, ich weiß viel Spaß. Ja, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020